Mit dem Dock kannst du auf deinem iPad mit iOS 11 Apps sofort öffnen und zwischen ihnen wechseln. Los geht's! Rechts im Dock werden Apps angezeigt, die du kürzlich verwendet hast oder die auf deinen anderen Geräten geöffnet sind. Links kannst du das Dock mit deinen Lieblings-Apps individuell anpassen. Um eine App hinzuzufügen, halte diese gedrückt und ziehe sie sofort links in das Dock. Um eine App aus der linken Seite des Dock zu entfernen, halte sie gedrückt und ziehe sie sofort nach draußen. Mit dem Dock kannst du auch nahtlos zwischen deinen Lieblings-Apps wechseln. Tippe einfach auf eine App, um diese zu öffnen. Streiche dann innerhalb der App vom unteren Bildschirmrand nach oben, um auf das Dock zuzugreifen und tippe auf eine neue App. Ganz einfach! Um weitere nützliche Tipps wie diesen zu erhalten, kannst du diesen Kanal abonnieren oder einfach auf ein anderes Video klicken.